Hallo hier ist euer Robobx28 zu einem Video wie mache ich meine Videos ich mache meine Videos mit der Elgato GameCapture HD nehme ich die auf und die Software ist die GameCapture HD Software von Elgato wie wäre es gedacht und das ist die neueste zuzeit das gute ist einfach die Software läuft auf Windows und Mac und ja wie wir gehen jetzt mal auf dieses Zahnrad für Einstellungen ihr könnt ihr ändern zum Beispiel standard dieser Video ausgewählt und dann ein ordner der heißt der ist das EGC Liberty und temporäre Dateien komme ich gleich später dazu ja jetzt gehen wir noch mal schnell drauf das Flashback Aufnahme aktivieren braucht zwar Leistung aber lohnt sich für Spieler die es brauchen ich brauche es zwar nicht weil ich Let's Player bin ich nehme dann auf wenn ich starte und ja ähm das ist zum Beispiel gut für Quickscope und und äh Kommentatoren und so wenn sie bestimmte Sachen aufnehmen wollen sagen wir mal und dann kann man hier zum Beispiel sagen wir mal es ist von zwei Sekunden passiert dann geht man zwei Sekunden zurück geht auf Aufnahme nimmt bis jetzt sozusagen auf und dann kann man hier zum Beispiel sagen wir mal es ist von zwei Sekunden passiert dann geht man zwei Sekunden zurück geht auf Aufnahme und dann klickt man wieder drauf Video wird gespeichert das sieht man wenn es laden würde das Programm Hallo dann steht Video in Bearbeitung nachher wird es gerendert und dann hier so ein kleiner niedlicher Video Editor natürlich ist mein PC gerade voll ausgelastet aber in der Zeit wurde er das bearbeitet kommen wir noch auf ein paar Einstellungen zum Beispiel hier ähm die Spielton Lautstärke und hier unten da kann man das Mikrofon aktivieren und ebenso wie gesagt das wird dann automatisch synchron gemacht das heißt wir müssen nicht mit bestimmten Programmen auch synchron machen hier kann man Titel jetzt Test und Spiel auswählen oder den Spielnamen und nachher wird das unter dem Namen gespeichert hier auf dem Werkzeug steht jetzt zum Beispiel Eingang 1920x1080 sind 30 Fraps das ist das wo von der Konsole ausgegeben wird in die Elgato rein und die Elgato nimmt das aber der geht dann aus dem Monitor mit 30 Fraps oder nimmt auf mit 30 Fraps und der in der Sekunde sind es 8 Megabyte in der Minute 62 und das Video Codec ist 224 Kilobits AAC interessiert eh niemand das Gerät äh ist der Xbox Analog Audio wie ich glaube wenn ich das über den PC aufnehmen würde nicht über den HDMI Anschluss äh wo es ausgegeben wird dann könnt ihr ein Komponent ist äh das Kabel wo man bei AV in bei der Elgato reinschieben muss oder rein stecken muss wo man die Playstation 3 anschliessen muss weil sonst anders geht es nicht hier Playstation 3 iPad kann man und so mit den bestimmten Adaptern dann könnt ihr hier Bildformat Mobile ist 360p Standard ist äh 420p ne 480p und 720p und 1080p Full HD ist das am besten schaut ihr was ihr bei der Konsole eingestellt habt da ist Auflösung ich habe jetzt 1080p zum Beispiel und ihr habt die unteren Häklein draussen gelassen Bild habe ich jetzt so eingestellt weil bei der Sättigung wenn man das richtig Sättig sieht es auch noch richtig geil aus wenn ich wollte könnt ihr es auch mal mit diesen Einstellungen testen ich muss mal schnell schauen wie lange das ich schon aufnehme 4 Minuten gelabert ok äh wenn ihr wollt könnt ihr mal auch testen mit den Einstellungen aber ich sage euch wenn ihr jetzt hier die Einstellungen ändert wird es so auch auf eurem Fernseher oder Monitor aussehen wo ihr darauf spielt die Sättigung und alles und hier ebenfalls in die Elgato Software das heisst wenn ihr jetzt das so blau mache natürlich hängt die Elgato wieder nach wenn ihr das jetzt so auf 180 Farb machen würde ist das grüne jetzt hier im Hintergrund da war so blau aber wir machen es natürlich wieder auf 0 ich könnte auch das ganze pink machen und jetzt so wäre das grüne jetzt so goldig orange aber ich lasse das meistens auf 0 ihr könnt das auch mal übernehmen wenn ihr Lust dazu habt und die Audio lasse ich ganz standard weil sonst übersteuert das glaube und das wäre es gesagt zu dem und eben das Flash Recording habe ich ja gesagt was das ist und dann gehen wir mit der Maschine zum Editor ich hoffe dass es jetzt nicht mehr automatisch auf dem Desktop gesperrt hat wenn ihr jetzt hier sagen wir mal diesen Anfang wegschneidet und das ähm dieses Stücklein anklickt geht das kann man da kann man das zum Beispiel löschen aber jetzt ist es weg können wir mal hier in der Mitte reingehen Screenshot machen ah eben das Video zurückspeicht auf dem Desktop dann könnt ihr dann könnt ihr den Screenshot öffnen sagen wir mal ihr wollt das als Termplate auf dem oder als Fund Mail bei YouTube verwenden könnte ich das nehmen nur das man muss näher hier auf Bildeigenschaften gehen äh wie viel das ja es ist 1029 mal 1080 nur diese Fund Mails kann man nur 720p das heißt 1280 mal 720 ist es glaub und die gute die guten Eigenschaften sind noch von der Software wenn ihr das Video geschnitten habt und so wie die Datei automatisch gespeichert nur das Problem ist ihr müsst die Datei suchen oder ihr macht es einfach so äh jetzt die Datei ja die Datei wird automatisch gekürzt dann ja die wird automatisch gekürzt die Datei oder ihr macht es einfach so jetzt sieht es ah die Datei ist nicht bearbeitet worden ah jetzt wird sie bearbeitet also wenn man die einfach rausziehen will und äh dann äh hier unten ein Video in Bearbeitung und nachher ah ist das Bearbeiten nachher könnte ich das rausziehen aber wie das hier auf dem Desktop gezogen und wenn ihr hier auf löschen klickt äh wird es auf der Festplatte nicht gelöscht ihr müsst das separat auf der Festplatte löschen das gute ist ihr könnt hier auch nochmal speichern MP4080p als E-Mail senden auf Twitter posten auf Facebook hochladen oder auf YouTube hochladen oder für den IT wie Windows Movie Maker iPhone und iPad und so das YouTube hochladen habe ich bis jetzt noch nicht getestet aber es funktioniert habe ich gehört und das Flash Recording eben das könnt ihr aktivieren wenn ihr Lust habt zum Beispiel jetzt ist das und dann kann ich hier auf live klicken ja am Anfang so sagen eh nichts passiert und ja hier kann man zum Beispiel noch wenn das Mikrofon an ist lautstärkerte Spiele es automatisch verringern das heißt das Spiel wird automatisch leiser und wieso erkennt es gerade mein Mikrofon nicht ist ja egal erkennt ihr auf Einstellungen nachher steht Schnellwert wie viel Dezibel und wie viel Dämpfung er ist jetzt auch gerade nicht was das ist ich habe es immer deaktiviert weil ihr eingestellt habt dass der Spiel Sound so laut ist und so mein Gelaber und hier noch auf die Informationen da könnt ihr noch Updates suchen und so am besten ist wenn ihr bei Einstellungen automatische nach Updates suchen aktiv habt und hier auf den Infos könnt ihr noch über die Elgato Software und als beste kommt jetzt noch zum Schluss die Software funktioniert auf Mac und auf Windows jetzt mittlerweile auch auf Windows 8 mit der neusten Software und das Livestreaming geht nur auf Twitch so wie gesagt irgendwann mal im Video könnt ihr hier auch einstellen was das höchste ist das höchste ist 720p und das mindestens 360p und ja wenn euch das Video gefallen hat schreibt es in die Kommentare und gleich nehme ich noch mein Video auf und das heißt bis später so bye bye habt Spass dabei und schreibt es in die Kommentare wie es fandet das Video wie ich meine Videos aufnehme mit der Software und all das und so meine Settings dürft ihr übernehmen ich blende die nach Maschine ein blende nochmal ein hier die Build Settings wenn ihr wollt könnt ihr mal übernehmen wenn ihr auch eine Elgato habt und mal testen wie das so ist und ja wünsche euch noch einen schönen Tag und auch viel Spaß beim Video schauen und gleich haue ich einen letzten Test über 99 Labmill äh 2 EU Version raus und ja bis dann Bye 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 Bye